Hast du schon mal was geklaut? Ja, Apfelscholle von Tobi Reichmann. Mach doch mal eine Krimasse. Hast du schon mal per SMS Schluss gemacht? Nein. iPhone oder Android? iPhone. YouTube oder Fernsehen? Fernsehen. Was wärst du geworden, wenn du nicht Handballprofi wärst? Fußballprofi. Welchen Mensch würdest du gern mal persönlich treffen? Alex Ferguson, Man United. Wenn du drei Wünsche bei einer guten Fee frei hättest, welche wären das? Reich, No War, kein Krieg, glücklich zu sein. Hast du eine Macke? Nein. Wie wird dein Name richtig ausgesprochen? Lasse Miggelsen. Was würdest du deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben? 100% zu geben. Was magst du an Nordhessen? Ruhe. Was machst du morgens als erstes nach dem Aufstehen? Kaffee trinken. Wo trifft man dich in Kassel? Rodenbarkhalle. Du könntest für einen Tag eine Frau sein. Was würdest du tun? Ja, immer labern oder so. Wen besuchst du als erstes, wenn du zurück nach Hause kommst? Familie. Was heißt Hallo, wie geht es dir in deiner Landessprache? Hallo oder in Gordi. Dein erstes Mal? Komisch. Kannst du etwas Außergewöhnliches, was nur du kannst? Glaube nicht. Welchen Sport machst du außer dem Handball noch? Ähm, Fußball, Tennis, Golf, ja. Sag drei Wörter, die dir spontan einfallen. Äh, går det gott? Wie geht's dir? Dein Trick gegen Schluck auf? Ähm, Wasser zu trinken, glaube ich. Pfeife eine Melodie. Haha, ha, ha. Phone 1 Ha, ha, ha. Vielen Dank.